alle erwischt und bekommen das belohnung ja ob aber scheiße ja aber da bin ich nicht behalte ich den bieten ja ich behalte den ok ich glaube hier muss ich alle treffen ja muss alle treffen ja toll ja geht alle zu Gott nein das fängt gut an warum ja okay ich hoffe das war das richtige das wird die ultrakraft freischalten also die ultra ultra level freischalten komm ultra level ja weil wenn wir das nicht freigeschalten hätten dann hätten wir das nicht mehr geschafft gut so so dann ist jetzt das zweite das letzte auch das ist auch gut so weil die boss kämpfen späne da ich wegschwimmen vor dem ich bleiben lassen dann stirbst du warte einfach aber wenn ich spiele und ich habe zurück mit mir rein da so ich habe wenig energie jetzt kann nach ich glaube ich nehme spieler oder wirst du auch ne wasser die kraft auch nicht wasser fangen sonst ist sie weg der hat deine ist weg Die Steuerung war verkehrt. Ja, nochmal. Boah. Nee. So alt. So ist nur wieder meine Schwester. Boah! Das schaffst du so. Komm, lass dich von noch mehr treffen. Es macht Spaß. Okay. Ja, los. So. Nein. Ja. Gut. Schaffen wir nicht. Dann macht Hammer übelst Schaden. Und dann einfach immer oben einspammen, wenn er über dir ist. Nein. Lieg weg. Warum? Immer dich. Ich. Fang kann es dich nicht erwischen. Ja, nur noch drei Leben, das heißt nur noch drei Versuche, wenn wir es nicht bald schaffen, dann müssen wir ein ganzes Level von vorne. Ja. 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 Und komm, mal nach. Ja. 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 so jetzt kriegen wir ihn ich sehe jetzt richtig gut hoffen wir und zack ich habe eis lauf ja komm nach sobald du kannst warum ja du hättest mir was geben können ich habe es echt keinen bock 3 4 4 4 4 4 4 4 Ihr werdet dann einfach sehen, wie wir es geschafft haben, ok? Hier. Alle anderen zwei waren ja auch. Ich hasse Wasser. Ja, komm, bring mich um. Ich. Nee. Okay. Lecker. Ja, ich dachte. Oh! Obst! Nein. Nein, du gehst woanders hin. Da, wo du liegen gehst, das nennt sich das Jenseits. Nein, du. Scheiß, wie? Oh. Hammer? Okay, wir brauchen. Für ein Zauberzahnrad. Ne, ich glaube einfach mal, weil wir es bekommen, ja. Wenn man eine Kraft bekommt, dann weiß man, dass ich so, hallo. Ja, war klar. Boah, ist halt Penner. Oh, essen. Ja. Das ist einfach mal mitkommentieren. Monster. Ja, ich frag mich grad, wo geht's hier hin? Das wird wohl nicht noch ein Zauberzahnrad auf die Art versteckt sein. Ja, tschüss. Wirklich. Lame. Aber es gibt auch 5 Zauberzahnräder in dem Level. Punch. Ich würde sagen, komm einfach mal nach. Wir bekommen hier zwei Kräfte. Das bedeutet, hier wird der Bosskampf kommen. Das war die behinderte Stelle im ganzen Spiel, was jetzt kommt. Ich erinnere mich noch dran, glaube ich. Ja, jetzt kommt der Bosskampf. Nee. Da ist der Bosskampf. Dann ist er um. Ja. Ja, dann mit derartige, äh. Ja, dann wie er siehst du. Du bist da, du bist da, du bist da. Ja, dann kann ich das, was du willst. Ja, dann wie du bist da runter. Das ist auch dein Bosskampf. Ja, danno. Maßes, in das Jahrkampf. was auch unter hannah nein wir sind game over so sieht der game over screen also aus da drücken jetzt schluss kavi jo alles von vorne doch ich glaube ich schneide irgendwas raus die die nicht die die ja nein ich essen ja dann nimm du den Gegner ja ja so Hammer mal weil ich nichts zu essen eingesammelt haben du gehst jetzt nicht in die Tür rein die braucht keiner mehr ja die Tonspur hat gar nichts aufgenommen von dir du redest viel zu leise da nimm das Essen mit ja, Kisshammerkraft gleich tot gut warte teleport so so, der Ringschirm schützt mich nimm Ringschirm besser, oder bleibt bei Speer ist egal hier wäre Speer nochmal braucht aber keiner so ich würde sagen los geht's warum lasse ich mich immer treffen wir können einfach unten stehen bleiben macht Schaden der Schirm ich hab Trick gefunden das 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 wir müssen ihn da drüben treffen den schalter und das könnte jetzt eine zeit dauern ich will mich die schwimmungen die drei gut habs zauberzahnrad und was zu essen lecker gut noch zwei so schwer sind die gar nicht die zauberzahnräder oder ist 1 kommen wir dahin da die wir gehen hier ja gleich sind wir wieder tot Töte sie Töte sie